ein herzliches guten morgen heute am dienstag den 23 februar 2021 mein name ist andreas bernstein das haben wir schon gehört wir haben noch nicht gehört wie es mit den dax weitergehen könnte und vor allem als zusammenfassung was sich gestern ereignet hat und das möchte ich hier auf diesem kanal entsprechend nachholen und kurz durch meine wochenvorbereitung führen beziehungsweise die tagesvorbereitung denn die wochenvorbereitung gibt es immer sonntags auch auf diesem kanal also gerne folgen und dabei sein ja der dax könnte nun wieder die ziele auf der oberseite anlaufen gestern hatten wir ja einen zwischenzeitlich sehr bärischen tag die industrieproduktion am morgen hat den dax etwas gedrückt wir trafen in der ersten welle auf das vor wochentief und dann auch auf das tief der woche zuvor und es entpuppte sich sozusagen im nachgang als bärenfalle was wir hier zwischenzeitlich sahen in der ersten handelsstunde prallte der dax auf die 13.800 auf 13.802 um genau zu sein mit den xetra ständen und man sieht hier an dieser unterstützung sie hat kurzfristig nicht gehalten wurde aber dann zurückerobert also all diejenigen die in dem bereich short gegangen sind mussten schnell wieder eindecken und das hatte dazu geführt dass der dax sich dann sukzessive nach oben arbeitete und dann am nachmittag sogar in das gap eindrang also die morgendliche eröffnungsroutine das morgendliche eröffnungsniveau um 13.950 wurde am abend dann wieder erreicht als wäre nichts gewesen dennoch ist etwas gewesen und zwar es ist ein gap übrig geblieben der grund für den anstieg ab dieser tiefen markanten marke hier ist auch schnell gefunden es war der ivo index der besser als erwartet ausfiel und die amerikanischen märkte performten auch ziemlich stark der dow jones trete ins plus also all das hat den dax angefacht aber die zeit hat eben nicht mehr gereicht am ende um das gap zu schließen es war handelsende im xetra markt und deswegen blieb am montag das gap zum freitag noch hier bestehen ja die marken hier noch einmal kurz aufgelistet tagestief tages hoch ungefähr 170 punkte 173 punkte um genau zu sein eine angestiegene volatilität war hier wieder zu spüren und für mich ist das gap das minimalziel dieser bewegung also diese bewegung dürfte heute fortgeführt werden und dann könnte auch das gap quasi zu freitag geschlossen werden das sieht alles sehr sehr harmonisch aus wenn man das hier weiter zeichnet ist aber nur ein szenario und nur meine meinung also keine handelsempfehlung wir haben übergeordnet den abwärtstrend der seit einer woche besteht seit vergangenem dienstag also sozusagen und hier kommt eine brisante situation zusammen nämlich das gap was ich eben skizziert habe und der abwärtstrend der woche und wenn beides zusammenkommt könnte das hier für den schub sorgen der uns dann an das freitags hoch vielleicht trägt also über das gap hinweg mit der dynamik des ausbruchs bis zur 14.026 das war das hoch vom freitag und knapp darüber ist dann diese nächste widerstandszone vor diesen rekord level widerstandszonen hier oben also quasi haben wir zwei widerstandszonen im chart und die erste wäre mein long szenario für den heutigen tag in der vorbörse geht es direkt in diese richtung wir haben hier schon mal kurz die 14.000 gesehen jetzt notieren wir hier wieder darunter also das kann alles sehr sehr spannend werden 8 uhr 10 spreche ich mit daniel sauren es übrigens auf twitch ist das ganze gestreamt über den markt über diverse aktien also da kannst du mir folgen und ich wollte den dax hier noch einmal einblenden mit der aktuellen indikationen von lang und schwarz und da stehen wir bei 13.985 punkten also wie gesagt wir waren schon mal kurz bei der 14.000 also das dürfte spannend werden wie der markt dies hier entsprechend verarbeitet ja zurück zum dokument was ich skizziert hatte auf twitch wie gesagt ab 8 uhr 10 live das ganze und natürlich auch live im live trading rum das pdf möchte nicht so wie ich möchte hier ist es jetzt wieder und auch da können sie gerne teilnehmen oder kannst du dabei sein das ganze stream ich dann auch weiter also egal welchen kanal du einschaltest du kannst das alles erleben und natürlich auch live kommentiert dann die entsprechenden wirtschaftsdaten die kommen um 11 uhr die verbraucherpreise aus der eu um 8 uhr die daten aus england lasse ich einmal beiseite da england ja auch nicht mehr zur eu gehört und dann wird es am nachmittag erst wieder spannend 15 uhr mit dem immobilienpreis index 16 uhr mit der anhörung des fettvorsitzenden jerome paul ja und das war es im grunde genommen schon was uns für den heutigen handelstag erwartet ich erwarte hier eine menge volatilität und spannende marken und freue mich wenn du hier dabei sein wirst und das ganze auch entsprechend unterstützt mit einem kleinen abo oder einem like unter dem beitrag danke bis später dein bernecker 1977 und dann